Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Stream-Ankündigung. Und ihr seht schon im Titel, ihr seht es hier im Bild, es handelt sich um Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, es ist endlich soweit, meine Stimme hat sich endlich erholt. Bis auf ganz selten mein Froschenhals ist so gut wie alles endlich weg. So ein Husterer am Tag ist ungefähr noch Standard, aber ansonsten ist meine Stimme wieder da, wo sie hingehört. Und zwar nicht mehr im Allerwertesten. Und deswegen werden wir Pflanzen gegen Zombies streamen. Und zwar morgen. Morgen ist der 11. Morgen ist Donnerstag. Ihr findet natürlich auch alles nochmal unten in der Videobeschreibung, falls ihr es euch nicht merken könnt. Da steht dann alles nochmal drin. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal. Twitch.tv slash Julia Trin. Auch alles in der Videobeschreibung. Und wir werden Pflanzen gegen Zombies 2 streamen. Wir werden nur Pflanzen gegen Zombies 2 streamen. Wir werden nichts anderes streamen. Und das Ganze wird selbstverständlich auch auf YouTube wieder hochgeladen. Es gibt ja bereits eine Playlist, wo die Streams von Pflanzen gegen Zombies 2 hochgeladen werden. Und da wird es selbstverständlich auch wieder landen. Wie lange es dauert bis nach dem Stream, bis es hochgeladen ist, weiß ich nicht. Aber binnen ein paar Tagen dürfte es auf alle Fälle oben sein. Ja, was machen wir? Wir werden im Endeffekt dort weitermachen, wo wir aufgehört haben mit den letzten beiden Streams. Wir hatten angefangen nochmal vom ersten Level weg zu spielen. Ich bin mir nicht sicher. Wir dürften momentan in der Piratensee oder im Wilden Westen sein. Und dort machen wir weiter. Ich schaue mir natürlich vorher noch den letzten Stream an, damit ich weiß, bei welchem Level wir aufgehört haben. So, jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Wann genau ist denn der Stream? Äh, wann genau? Morgen. Er wird morgen stattfinden. Ab 16 Uhr. Also ab 4 Uhr nachmittags. Und wird aufhören um 18.30 Uhr. Das heißt, wir haben zweieinhalb Stunden, wo wir streamen werden. Recht viel länger hält meine Stimme bei Pflanzen gegen Zombies aber sowieso nicht aus. Also normalerweise streame ich zwei Stunden, weil gerade bei Pflanzen gegen Zombies, wo ich mich auch gerne mal dezent aufrege, ist es doch ganz gut, wenn wir nicht allzu lange streamen. Weil das ist, selbst wenn ich komplett gesund bin, macht das meine Stimme nicht so lange mit. Deswegen bis 18.30 Uhr werden wir streamen, länger nicht. Und dann bin ich auch schon wieder futsch. Genau. Nein, wir werden natürlich auch wieder längere Streams haben, keine Frage. Aber Pflanzen gegen Zombies ist halt nur so, dass ich das halt relativ kurz streame. Da ich dann anschließend um 19 Uhr noch ein bisschen was vorhabe, wird leider nur bis 18.30 Uhr gestreamt. Aber ich glaube, zweieinhalb Stunden Pflanzen gegen Zombies 2 ist ganz schön. Dann gibt es endlich wieder einen Stream davon. Und ich hoffe, ihr schaltet vielleicht auch ein. Ja. Wie gesagt, alle Infos gibt es unten in der Videobeschreibung. Andere Infos gibt es dann noch auf Twitch selber auf meinem Kanal. Könnt ihr ja einfach mal stöbern. Da findet ihr alle nötigen Informationen. Und dann freue ich mich einfach auf euch. Sprich, am Donnerstag von 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Ja. Das war's. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.